Heute gehen wir auf die D-Galaktose ein, ein gesunder Zucker, den wir alle wahrscheinlich schon mal in unserer frühen Kindheit durch unsere Mütter bekommen haben. Herzlich Willkommen zum Unternehmer Performance Podcast. Deiner Formel für Erfolg, Mindset, Produktivität, Schlaf, Ernährung und Fitness. Präsentiert von Fabian Baros und Dr. Falk Hannemann. Herzlich Willkommen, wieder einmal Thorsten. Beim letzten Podcast haben wir über Stress gesprochen und beim vorletzten Podcast über Diabetes. Beide Podcasts wurden sehr stark abgehört, wir haben auch sehr viele Rückfragen bekommen. Und bei beiden geht es auch um das Thema Zucker, spielt auch Zucker eine Rolle. Und da hast du uns einen Geheimtipp erzählt von einem sogenannten gesunden Zucker namens D-Galaktose. Und wir fanden das so spannend, dass wir unseren Hörern jetzt davon erzählen wollen, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo viele jetzt auch backen werden und entsprechend auch sehr viel Zucker konsumieren werden, wollten wir über das Thema sprechen. Erst einmal herzlich Willkommen nochmal. Und ja, ich grüße euch, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Prima. Und D-Galaktose ist wirklich ein schöner Geheimtipp, den man auch jetzt, wie du schon erwähnt hast, in der Backzeit, Voradventszeit mit Sicherheit mal als Alternative gut nutzen kann, um gesund naschen zu können. Okay, dann erklär erst einmal für uns alle, die das nicht kennen, was ist D-Galaktose? D-Galaktose ist ein sogenannter Einfachzucker und ist ähnlich aufgebaut wie Glucose, was die meisten als Traubenzucker kennen. Und die meisten, die gestillt worden sind, haben durch die Muttermilch D-Galaktose schon zugeführt bekommen, weil es ist ein Bestandteil vom Milchzucker. Okay, sehr spannend. Und wenn es nicht über die Muttermilch aufgenommen wird, wo noch wird D-Galaktose aufgenommen oder wie entsteht D-Galaktose? Also D-Galaktose, die bekannten natürlichen Lieferanten, ist Buttermilch, Milch, Joghurt, teilweise in Sojasoße, weil Sojasoße wird ja aus der Sojabohne, was eine Hülsenfrucht ist, hergestellt oder findet man dort. Und die D-Galaktose wird auch dementsprechend auch aus diesen Substanzen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten, dann nachher gewonnen wird, zu einem Pulver verarbeitet, was wir dann nachher im Haushalt weiterverfenden können. Also wenn ich jetzt D-Galaktose bei Google eingebe, dann werde ich dort Pulver sehen, die ich kaufen kann und dann nutzen kann, um in den Kaffee reinzutun oder um Plätzchen zu backen, wie auch immer. Richtig, du wirst die D-Galaktose als Pulver kriegen, ist von der Struktur her ähnlich so wie Puderzucker, was vielleicht noch ganz interessant ist, weil natürlich müssen wir mal gucken, wie es aussieht für die Veganer oder Vegetarier. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die D-Galaktose aus dem Baum der Lerche zu gewinnen oder aus Hülsenfrüchten. Man kann das also auch durchaus als vegane oder vegetarische Variante benutzen. Okay, und warum ist es dann gesund? Also zum einen ist es ein natürlicher Zucker, den wir einfach schon einen Großteil von uns seit unserer Geburt kennen. Und dieser Zucker hat als Süßungsmittel zwei riesengroße Vorteile. Er besitzt die Eigenschaft, dass er das Hormon Insulin nicht benötigt, um in die Zellen zu gelangen. Dafür nutzt sich der Körper eine andere Verbindung, das ist das Glut 1. Das würde jetzt aber zu biochemisch werden. Und der zweite riesen Vorteil ist, dass wir die D-Galaktose auch Diabetikern anbieten können zum Süßen von Backwaren oder Ähnliches. Weil durch die sehr, sehr geringe glykämische Last hat die D-Galaktose so gut wie überhaupt keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Was immer noch gefragt wird, das muss ich direkt als Ergänzung hinterher schießen. Die meisten stolpern darüber, Milchzucker braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Auch die Leute, die eine Laktoseunverträglichkeit haben, Intoleranz haben, können diesen Zucker ohne weiteres benutzen. Denn wir brauchen für diesen Zucker nicht das Enzym Laktase, um den Zucker zu spalten, weil das ein ganz anderer biochemischer Vorgang ist, der im Körper stattfindet. Und was prima ist, hat nichts mit Fruktose zu tun. Deswegen können auch alle, die eine Fruktoseintoleranz haben, diesen Zucker zum Süßen benutzen. Okay, wieso kennt man das nicht? Wieso liest man das in den Etiketten, da wo Zucker drin ist? Wieso liest man nicht, dass dort D-Galaktose drin ist, wenn das so gut ist und sogar für Diabetiker genutzt werden kann? Da stichst du jetzt direkt das Messer tief in die Wunde rein und streust dabei direkt Salz drüber. Und nachdem ihr das wahrscheinlich das erste Mal gehört habt, habt ihr auch angefangen zu googeln. Und wie ganz, ganz viele dann auch bei mir dann drauf geantwortet haben oder gefragt haben, D-Galaktose ist halt eben leider teuer. Das liegt einmal daran, an der wirklich aufwendigen Herstellung. Und zum Zweiten liegt es natürlich daran, weil das Problem Angebot und Nachfrage dort nicht gedeckt wird. Weil wenn es nicht beworben wird, ist die Nachfrage geringer und umso teurer wird es dann leider verkauft. Ich kann aber allen nur sagen, es lohnt sich total, mal diesen Zucker auszuprobieren. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Studien, worauf dieser Zucker positiven Einfluss hat. Jetzt noch meine letzte Frage, bevor ich zum Fall übergebe. Wir hatten ja auch im letzten Podcast über Stress gesprochen. Jetzt sagst du, es gibt auch eine Verbindung zwischen D-Galaktose und Stress. Ja, inwiefern ist da eine positive Auswirkung? Unser Gehirn verbraucht oder benötigt ungefähr 150 Gramm Glucose am Tag von dem, was wir täglich mit der Nahrung zuführen. Und fürs Gehirn ist es ausgesprochen wichtig, den Blutzuckerspiegel immer auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Bei Stress, der regelmäßig hin und auf uns einwirkt, gibt es ein großes Problem. Durch die Stresshormone kann es zu ordentlichen Blutzuckerschwankungen kommen, wodurch es dann relativ schnell zu einer Glucoseunterversorgung im Gehirn kommt. Und da kann die D-Galaktose hervorragend gegenwirken. Okay, jetzt fängt noch eine Frage an. Gibt es so eine Empfehlung von der Dosis her? Wie viel ist zu viel, D-Galaktose pro Tag? Ja, die Dosis macht das Gift. Und da ihr ja in Bayern sitzt, ihr wisst ja, warum die bayerischen Mönche den Maaskrug erfunden haben. Weil es heißt, in Maßen trinken und nicht in Massen trinken. Und bei der D-Galaktose ist es natürlich auch so, nicht viel hilft viel. So die empfohlene Obergrenze bei der D-Galaktose, sagt man so ungefähr 25 Gramm pro Tag. Okay. Das ist, wie ich finde, das ist schon recht ordentlich. Es hat halt eben den Vorteil, die D-Galaktose führt auch dazu, dass ein bestimmtes Hormon im Körper mit stimuliert wird. Das ist das Hormon Grillin. Und Grillin ist unser, ja, ich sag mal so, unser Fresshormon. Und die D-Galaktose ist in der Lage, dieses Fresshormon halt eben im Zaum zu halten, dass man eigentlich gar nicht in die Verlegenheit kommt, mehr zuzuführen, als sein muss. Ansonsten so die normalen Empfehlungen, die wir so Diabetikern geben, D-Galaktose sind 10 Gramm. Okay, ja, sehr spannendes Thema. Ich habe mir das schon bestellt. Wer wissen will, wo man D-Galaktose bestellt, wir können ja dann die Tipps von Thorsten ja auch vielleicht in die Show Notes tun, Falk. Und übergebe gleich. Genau, Thorsten, ich mache direkt weiter und würde nochmal ganz vorne ansetzen. Du hast gesagt, D-Galaktose bekommt das Kind auch schon ganz früh. Bekommt das schon im Mutterleid, die D-Galaktose oder erst bei der Muttermilch? Wie genau funktioniert das? Die D-Galaktose, die wird im Körper, sobald Produktion Milchdrüsen stattfinden wird, die D-Galaktose, dieser Zucker wird mitproduziert von der Mutter. Und das nimmt dann das Neugeborene durchs Stillen über die Muttermilch dann direkt mit auf. Ja, sowieso, die Muttermilch ist sowieso das Beste, was man dem Kind geben kann. Wäre wahrscheinlich auch nochmal ein extra Thema wert. Muttermilch versus gekaufte Milchpulver. Ja, da hast du gerade was mit angesprochen. Der nächste Themenblock, den ich auf meinem Instagram-Kanal vorbereite, ist tatsächlich Ernährung von Kindern. Und eine häufige Sache, die wir feststellen können, ist, die richtige Ernährung in den ersten drei Lebensjahren ist die Grundlage dafür, ob Kinder zum Beispiel ADHS bekommen können. Und es gibt tolle Untersuchungen, tolle Studien, die zeigen, dass Kinder in den Entwicklungsjahren, also in den ersten drei Jahren der Entwicklung, zum Beispiel zu wenige Omega-3-Fettsäuren über die Nahrung bekommen haben, dass die ein höheres Risiko haben, an ADHS zu erkranken. Okay, vielleicht nochmal kurz zum Thema, wie komme ich an D-Galaktose, auf was soll man da genau achten? Und den Link packen wir dann natürlich in die Show Notes. Also bei der D-Galaktose sollte man in aller Regel erstmal darauf achten, dass es natürlich ein regionales Produkt ist, dass es nicht irgendwie aus Fernost oder lange Anreisewege hatte. D-Galaktose wird in aller Regel aus Milchprodukten gewonnen. Man kann D-Galaktose aber auch aus Hülsenfrüchten oder aus, wie eben schon erwähnt, aus dem Baum der Lärche gewinnen. Es sollte kein synthetisches Galaktosepräparat sein. Und die hochwertigen Präparate zeichnen sich dadurch aus, beim Herstellungsverfahren steht entweder drauf, enzymatisch hergestellt, physikalisch hergestellt oder durch eine chemische Herstellung, wo die Säure den Milchzucker voneinander trennt, sodass dadurch halt eben Galaktose und Glucose freigesetzt wird. Das steht auch bei den Herstellern drauf, welches Herstellungsverfahren genutzt worden ist. Wenn das nicht eindeutig geklärt ist, dann würde ich das Produkt nicht kaufen, weil dann kann man eigentlich von ausgehen, dass es tatsächlich synthetisch hergestellt ist. Ja, ein sehr interessantes Thema, Thorsten. Vielen Dank für die Ausführung. Und wir hoffen, dass Sie jetzt mehr über D-Galaktose wissen beziehungsweise D-Galaktose nutzen. Genau, liebe Zuhörer, wenn ihr mehr zu unserem Performance-Mentoring wissen möchtet, dann geht einfach in die Shownotes und geht auf performancementoring.de oder direkt auf Thorstens Instagram-Profil. Das verlinken wir natürlich auch wieder. Und dann können wir direkt in Kontakt treten oder ihr auch direkt mit Thorsten in Kontakt treten. Vielen Dank für deine Zeit, Thorsten. Ich danke euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit dem Unternehmer Performance Podcast. Abonniere uns jetzt, um keine weitere Folge zu verpassen. Vergiss bitte nicht, um dein privates und geschäftliches Leben auf ein neues Level zu heben, benötigst du einen Coach, der dir dabei hilft. Klicke jetzt auf den Link in der Infobox und sichere dir ein Erstgespräch mit unserem Telefon. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.